Norddeutscher Rundfunk 2021 Da muss ich also wieder mal zur Feder greifen Ich sagte, da muss ich mal wieder zur Feder greifen Ach so, ja Wieder würde der gute Ruf unseres Hauses Schaden nehmen Wieder würde die Polizei herumschnüffeln Und die harmonische Eintracht unseres Zusammenlebens vergiften Das gegenseitige Vertrauen würde erschüttert Erschüttert bin ich nur über eins, Frau Rindberg Über den Fraß, den Sie uns hier vorsetzen Und der von Tag zu Tag miserabel wird Ja, habe ich ja noch nie recht Wäre es deshalb nicht besser, wenn wir den beklagenswerten Vorfall Diesmal nicht nach außen dringen lassen Sondern wenn wir selber versuchen, ihn aufzuklären Und unserer lieben Oberstudienrätin Riebelein Wieder zu ihrem Eigentum verhelfen Aber ich könnte überhaupt nicht in Frage, Frau Rindberg Verbrechen, Anzeige, die Polizei tritt in Aktion Das ist der ordnungsgemäße Lauf der Dinge in der Welt Das wollen wir gar nicht ändern Außerdem habe ich die Anzeige bereits erstattet Vor einer halben Stunde Per Einschreiben Danke, Clara, ich möchte im Moment nichts Aber würdest du mir später vielleicht eine Schüssel Salat In meine Keminade bringen? Ja Sie haben schon recht, Major Das ist wieder mal eine Brille Besonders gut schauen Sie nicht aus, Herr Weninger Schaut nicht gut aus Nur zufrischend War nur weiter so Der Kettwig zum Beispiel Ich meine im Büro, da halten wir uns ja öfter über Sie Wie es Ihnen so geht und was zu machen Und da haben wir beide gemeint Sogar der Kettwig Ob es nicht doch besser wäre Wenn Sie allmählich dran denken würden In ein Seniorenheim zu gehen Wissen Sie, da gibt es jetzt schon welche Die sind ja besser wie ein Hotel Ganz prima Ach so In ein Altersheim Aha Und wie ich deine Fürsorglichkeit kenne Hast du sicher schon was Passendes für mich im Auge Ganz zufällig, ja Ja Und ganz zufällig ist das eins Wo es mir bestimmt nicht langweilig wird Nein, bestimmt nicht, Herr Weninger Weil da nämlich Natürlich auch ganz zufällig Ein Fall anhängig ist Mit dem der gute Fröschl nicht so recht fertig wird Stimmt's? Ja, im Seniorenheim Abendfrieden Draußen im Grünwalder Forst Da ist schon zum dritten Mal Schmuck gestohlen worden Innerhalb eines halben Jahres Ja und? Kommst du da nicht weiter? Ach, das wäre ja das wenigste Aber da ist ein Typ draußen Major nennen Sie ihn Gegen den ist kein Krat gewachsen Der kostet mir noch den letzten Nerv Ja, wie hat das? Nerv, weißt du, der Einbild Er ist der Einzige, der ein Hirn hat Das ist so ein alles besser wisser Ein Querulant ist er Ein Eitler Siehst, Fröschl Und genau da musst du anfangen Bei seiner Eitelkeit Ausbild Es spricht also wieder mal alles dafür Dass der Täter hier im Hause zu suchen ist Ich kann Ihnen leider nicht widersprechen Sogar nicht als Täter Sie verstehen, es ist für mich sehr schmerzig Ja, ich verstehe Und Sie haben wieder mal nach wie vor Nicht den geringsten verdacht Wer das schwarze Schaf in Ihrer Harmonischen kleinen Gemeinschaft sein könnte? Absolut kein Nein Sorry Störe ich Nein, nein, ich bin schon fertig Und ich werde mich heute jetzt wieder mal Beim Personal und bei den Insassen hier umhören Bis später Na ja, Prunkstück scheint die Polente Gar nicht gerade in den Abendfrieden entsand zu haben Je trotteliger Umso besser Ein wirklich scharfer Hund würde doch womöglich auch noch andere Fährten aufnehmen Ach, es ist so schön, dass du wieder da bist, Richard Finde ich auch, mein Schatz Wie war es in Hamburg? War großartig Im Indischen Ozean hat ein Sturm den Kahn erwischt So beklagt die Richard Wiesner Import KG jetzt den Totalschaden ihrer gesamten Partie thailändischer Importmöbel Ich bin der stolze Besitzer von sechs Containern Kleinholz, mein Schatz Schlimm Sehr schlimm Ich bin nämlich fantastisch überversichert Hallo Also, jetzt habe ich mit allen geredet Schon zum dritten Mal bereits Und ich muss Ihnen sagen Ich kann mir jetzt mehr und mehr ein Bild machen über das Ganze Genaueres will ich momentan im Interesse der weiteren Ermittlungen noch nicht sagen Aber Sie werden nicht verstehen Aber weil gerade alle so schön beieinander sind Möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren Ein neues Mitglied unserer Heimfamilie vorstellen Herrn Franz Josef Banninger Berufsboxer im Ruhestand Ehemals genannter Büffel vom Oedmort Grüß Gott miteinander Lassen Sie ihn nicht stören Ich setz mich einfach dahin und schon kehre ich dazu Der ist leider besetzt Nimm zum Darmsteil Ja, ich bin eigentlich auch fertig Will noch jemand was dazu sagen? Und ob Verehrter Herr Fröschel Und ob Ich meine nichts gegen Sie persönlich Herr Kommissar Sie sind uns ja bereits eine vertraute Erscheinung Aber So frage ich mich So frage ich Sie So frage ich uns alle Was denken sich die verantwortlichen Männer im Polizeipräsidium eigentlich dabei Wenn sie dem anscheinend unaufhaltsamen Amoklauf Eines raffinierten Serientäters nach wie vor nur mit der Entsendung eines einzigen Beamten begegnen Unglaublich Ja, nicht wahr Oder meint die Polizei vielleicht, dass es sich schon nicht mehr lohnt Uns in unserer verdammten Friedhofsruhe hier überhaupt noch zu stören Dem halte ich folgende Forderungen entgegen Erstens Konzentrierter Und massiver Einsatz Der Spurensicherungsabteilung Zweitens Breit angelegte und schonungslose Dauerverhöre Aller Bewohner von Haus Abendfried Drittens Stationierung eines polizeilichen Doppelpostens Innerhalb des Heims Viertens Durchsuchung und Überwachung der umliegenden Waldgebiete Durch Hundertschaften der Polizei Notfalls unter Einsatz von Suchhunden Panzersperren nicht vergessen Was bitte? Herr Major Herr Kossau Am besten Sie geben uns das alles schriftlich herein Meine Zeit ist leider etwas begrenzt Ich muss mich jetzt verabschieden Danke sehr Ja Bitteschön Ja 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 Das ist alles nicht so einfach Sie haben ganz recht vorgegangen Mein Kompliment Sie sind ja ein richtiger Strategen Na ja, einer muss den da jemanden konsequent in die Hand nehmen Es gibt sicher einen riesen Wirbel da, dieses Verbrechen Na Gott sei Dank Ich meine, da wird überhaupt mal was passiert Die Opfer sind natürlich zu bedauern Aber unter einem anderen Aspekt Ist diese ganze Affäre natürlich ein wahres Geschenk des Himmels Kommt wenigstens mal ein bisschen Leben in die Bude Ja, das darf man gar nicht So Ja, aber Sie machen mir doch den Eindruck Also, wie Sie verstehen Da haben Sie recht Ja, mir ist auch nichts so zu wider Wie Langeweile Ja Die anderen alle wissen Sie Lauter Reizende, liebe Leute Aber eben müde, müde, müde Und dynamisch So, Sie, da fällt mir ein Haben Sie eigentlich schon ein Zimmer? Nein Bin ja gerade erst angeguckt Ach ja, richtig Ja, natürlich Wissen Sie, bei uns im Abendfrieden ist es nämlich so Da wohnen jeweils zwei Leute zusammen Also Sie haben natürlich jeder sein getrenntes Schlafzimmer Dazwischen ist eben die gemeinsame, die Ja, Sie und ich, wir beide abgemacht Einverstanden Ja 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 Komm's ruhig rein Ich hab nichts zu verstecken Na, ich hab gedacht Ich könnte Ihnen vielleicht ein bisschen beim Einrichten helfen, Herr Kamerad Nein, nein, dankeschön Ist schon fast alles passiert Ja Aber schauen Sie nur ruhig, gründlich um Ach, das ist ja toll Das ist ja fantastisch Ja, das war alles aber ich Ja Ein Ex-Boxer in Abendfrieden Das hätte ich mir doch Da schauen Sie her Ja Das habe ich hier aufgestellt In unserer gemeinsamen Diele Damit Sie auch was davon haben Aber nur, wenn Sie nicht recht sind Das ist doch enorm Das ist doch Ja Meine Erfolge Meine Siege Meine Titel Ja, Respekt Dass ich jetzt nicht glauben Ich häng an dem Klub Ja, und dazu Alles massiv Silber Das ist ja beinahe wie damals Beim Konditionstraining Wo ich noch Champion war Das dürft ihr nur glauben Meine Siege, die sind mir nicht geschenkt worden Alles schwer und hart erarbeitet Ja Na ja, unsere Diele, die schaut aus wie eine Ruhmeshalle Nachdem ich meine Trophäen aufgestellt habe Ja Und alles massives, kostbares Silber Finden Sie das nicht ein wenig leichtsinnig, Herr Wanninger? Nach allem, was im Haus Abendfrieden passiert ist? Ja, nein, vielleicht schon Aber ich muss halt das Zeug um mich haben Es hängen zu viele schöne Erinnerungen dran Ja, und wissen Sie Wir boxen Ja, wir sind halt alle ein bissel sensibel Und sentimental, gell? Moment einmal bitte Ja, freilich ist ja das Du Heiner, wir haben da einen drin Den hab ich erst kürzlich im Abendfrieden gesehn Halt mir doch den einmal Mit allem drum und dran Aus deinem alles wissenden Computer magst Danke dir Das ist nett. Grüß Gott. Das Seniorenheim hat heute Ruhetag. Ach so. Entschuldigung, Herr Walbach. Könnten Sie vielleicht einen Augenblick draus im Flur warten? Wir haben überraschend eine Sitzung des Krisenstabes. Das ist nett. Grüß Gott. Na, Herr Weininger. Wie schaut's aus? Nach acht Tagen Abendfrieden. Haben Sie schon was rausgebracht? Nein. Mein Gehörter hat nicht funktioniert. Und außerdem bin ich ja nicht die Polizei. Ich bin nur ein Boxer im Ruhestand. Und vielleicht haben Sie schon einen gewissen kleinen Verdacht? Ja, wenn man das Ganze rein psychologisch betrachtet, dann wird's schon jemanden geben, der sich ein bissel auffällig benimmt. Und wer wer nachher das? Herr Schaufröschl. Es soll ja Mais geben, gell, die so übermütig sind, dass Sie die Katze selber herbeipfeifen. Damit Sie dann auf der Nase rumtanzen können. Verstehst? Können Sie das nicht ein bissel weniger zoologisch ausdrücken, Herr Weininger? So, Toni. Ach, Grüß Gott, Herr Weininger. Wie geht's denn? Dankeschön. Bin zufrieden. Na schön. Pass auf. Richard Wiesner. Geboren da und da. Ledig Kaufmann. Jetzt kommt. 1968 Köln. Scheckfälschung. Sechs Monate mit Bewährung. 1971 Düsseldorf. Versicherungsbetrug. Unterschlagung. 18 Monate. 1976 München. Betrügerischer Bankrott. Ein Jahr. Im Augenblick betreibt er eine Import-KG und einen Nachtclub. Gankt das? Dank dir recht schön. Das Birscherl hab ich nämlich im Abendfrieden kennengelernt, wie es letztes Mal dort war. Das Gespusi von der Heimleiterin, so wie es ausgeschaut hat. Der kennt doch das absolut sein. Nein, Frischl, das glaub ich nicht. Auf der einen Seite Betrug und Unterschlagung, auf der anderen Schmuckdiebstahl. Aber das passt doch gar nicht zusammen. Also für mich sind das zwei verschiedene Täter. Übrigens, das bringt mich auf was. Schaut doch mal der Heimleiterin ein bissel in ihre Buchführung. Vielleicht stimmt da was nicht. Wieso? Na ja, ich sag nur, reise wie im Grauhotel und ein Fresse wie im Zuchthaus. So, ich geh jetzt wieder. Dankeschön, Herr Wagner. Erstens, jetzt hätt ich bald das Wichtigste vergessen. Was? Ja, nachdem der Dieb meine schönen Trophäen bisher verschmäht hat, müssen wir uns doch was Neues einfallen lassen. Ja. Wie ist sie, Frischl? Möchtest du's nicht einmal auf deine reiferen Tage mit dem Fenster probieren? Was soll ich? Fenster? Sie ist niedergeschlagen aus, Clara. Geht's dir, wenn sie schläft? Ja. Ich bin müde. Ich fühl mich richtig krank. Ja, ja. Armes Kind. Ist jeden Morgen so viel raus. Könnte man ruhig noch jemanden einstellen hier zur Unterstützung. Sehr gut. Ja, na kriegen wir schon. Du bringst mir noch so einen Orangensaft. Ne, warte. Ne. Ich danke dir. Na, hier oben auf die Klara scheint's sehr gern. Da schreibt sie sogar manchmal Liebesbriefe. Was? Liebesbriefe? Also. Nicht ihr. Für sie. Klar hat er einen Schatz. Einen Gebirgsjäger. Und seitdem sie den zum Feldwebel gefördert haben, legt er den allergrößten Wert auf eine korrekte Rechtschreibung in ihren Briefen. Und da greift der Major den Marl ein bisschen unter die Autografie. Versteh schon. Aha. Das letzte und das nächste Opfer, den trautem Verein. Sie, Major, malenst den Teufel nicht an die Wand. Das möchte ich nämlich keinem ragen, dass er sich an meinen Trophäen vergreift. Und mir täte der Spitzbub nicht auskommen. Und mein rechter Aufwärtshacken, der war früher schon berühmt, um nicht zu sagen berüchtigt. Können Sie denn wirklich so rabiat sein, wie Sie sich anhören? Ja, mei. Der alter Boxer weiß nie genau, ob nicht der Blutrasch über ihn kommt. Ja. Aber da hock ich jetzt und red von meiner großen Zeit. Dabei hat außer Major noch niemand bisher meine Fotos und meine Trophäen gesehen. Ja. Gerade das würde uns doch rasend interessieren. Wirklich? Tja, an mir soll's nicht liegen, Frau Rieberlein. Meine lieben Heimschwestern und Heimbrüder. Unsere verehrte Frau Oberstudienrätin hat soeben angerichtet, dass ich Ihnen ein bisserl was von meiner Vergangenheit als Boxer erzähle. Wer also interessiert ist an meinem merkwürdigen und wechselvollen Leben, geschildert anhand meiner Erinnerungsstücke, der kann jetzt ... Ach was, geben wir gerne auf. So, jetzt sind wir da. Wo müssen Sie rein? Jetzt werden Sie sich tauschen. Seh, fix Halleluja. Den Kerl schlag ich K.O. Was ist denn los? Das ist alles leergeräumt. Das ist nicht möglich. Den Lumpen will ich erwisch. Ich sag nur, mein Rechter aufwärts hocken. Aber keine Polizei. Das ist ganz allein meine Sache. Entschuldigung. Ich, bitte, lass jetzt einen Moment durch, mein Herz. Ich muss ... Ich muss ... Ich muss ... Ich muss ... Klara ... Klara ... Mach auf, ich bin's, der Major. Ja. Komm, lass mich rein. Ich wollte gerade duschen. Ja, nee. Ist doch ... Das geht nicht. Was ist denn überhaupt los? Sag mal, bist du wahnsinnig geworden. Wie hab ich dir eingeschärft, dass du das Zeugs von dem Wanninger nicht anrührst? Was tust du? Ich versteh kein Wort. Das selber von dem Wanninger ... Ist das denn weg? Wieso? Hast du ... Hast du dem Wanninger seine Preise nicht, Stibitz? Ja, bestimmt nicht, Herr von Blecheisen. Ich hab ja auch gar nicht wieder meinen Drang. So, du also nicht ... Du weißt es also nicht. Ja, das ist ja noch ... Noch viel schlimmer dann. Mach dir einen anderen Ernst ... ... aus unserer Kinderei. Blutigen Ernst. Mein Gott, wenn jetzt der Wanninger dahinter kommt, dass ... ... wir den anderen Schmuck ... ... der ... ... der bringt uns um. Der ... Der glaubt uns natürlich nie, dass wir nicht ... ... auch sein Zeugs ... ... klaut haben. Oh, was machen wir jetzt noch? Was machen Sie denn? Was ist denn mit Ihnen? Werden Sie doch wach! Hilfe! 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 Den Rechten aufgeben! Aufwärtshaken für den, der den Büffel vom Ödmoor um die Zeichen seiner Siege gebracht hat. Wanninger, Herr Wanninger, Sie machen mir ja Angst. Mich wehtun, bitte. Oh Gott, wachen Sie doch auf. Ich hab doch Ihre Preise nicht gestohlen. Du hast nicht gestohlen. Du hast nicht gestohlen. Aber ich seh es glänzen im Vollmondlicht. Wo seh ich's schimmern? Wo schimmern? Ja, das andere hier, aber nicht Ihre Sache. Das waren wir nicht, bestimmt nicht. Ich weiß auch nicht, wer... Wo seh ich den Schatz verborgen? Wo? In Schubladen, Truhen, in Stählen, im Behälter, im schwarzen Schoß der Erde. Sprich! Ich will ja alles sagen. Ich gesteh ja alles. Nur nicht den Aufwärtshaken. Also das kam so, als ich die Klara das erste Mal dabei erwischt hab. Da konnte ich sie einfach nie anzeigen. Aus Mitleid oder... Ich hab bloß die Sachen konfisziert und hab sie aufbewahrt. Und dann hab ich plötzlich Spaß daran gekriegt, wie der Diebstahl und die Folgen, also die Verhöre, die Polizei und das alles, endlich mal ein bisschen Abwechslung in den verdammten Atemfrieden gebracht haben. Nur weiter, Major. eine Weile später der zweite Diebstahl. Dasselbe. Klara, die ist nämlich eine Quartalskleptomanin. Alle paar Monate, da packt sie dann so ein rätselhafter, unwiderstehlicher Zwang. Sie irrt ruhelos durchs Haus, bis sie was gefunden hat. Das Glänzendes. In den Elstern. Demnach ist es also krankhaft bei ihr. Ja, das denke ich schon. Sie sagt, sie leidet selbst am meisten darunter. Ich, ich... Ich hab's regelrecht genossen. Wie unser Mausoleum da oben plötzlich lebendig geworden ist, so wie ein Ameisenhauf, den man aus dem Winterschlaf geschreckt hat. Und an den Kummer der Bestohlenen und die allgemeine Angst, daran haben sie nicht gedacht. Doch, doch, natürlich. Ich, vor allem, aber... Hier ist alles. Vollständig, komplett. Fehlt nicht ein Atom. Ich hab auch alles protokolliert. In einem Schulheft. Das zeig ich Ihnen nachher oben. Nur, nur Ihre Sachen hab ich wirklich nicht. Glauben Sie mir das jetzt? Ich weiß schon, mein Junge. Gott sei Dank, das ist eine Lösung. Ich mein, dass Sie jetzt wieder so richtig normal sind. Vorhin aber im Bett, das ist... Das war ja entsetzlich. Ja, das hat meine Frau Selige auch oft gesagt. Wie schlimm ich mich da aufführe. Ja, und von ihr konnte ich's ja nur wissen. Gell? Ich möchte bei Vollmond nicht Ihre Frau gewesen sein, Herr Wanninger. So. So. Jetzt sind wir's weiter. So, meine Herrschaften. Hoffentlich haben wir Sie nicht so lange warten lassen. Aber jetzt ist es soweit. Kommen Sie raus? Ja. Ja. Ja, was soll denn jetzt das? Das schmeckt doch nie überraschend. Mr. Naud hat doch irgendwas im Ganzen. Oh. Das ist ja meine Halskette. Wie ist denn das? Ja. Mein Ring. Frau Biermann, und da ist Ihre Brosche. Ja. Das ist doch Ihre Brosche. Ja, ich verstehe das nicht mehr. Meine Brosche. Mein Arm, Arm, das ist wieder mal. Frank, das haben wir doch nur Ihnen zu verdanken. Ach, das ist so. Nicht wahr? Sie sind wirklich ein, ein paar Freunde. Ah, die Initiative ging ja eigentlich mehr von Herrn Wanninger aus. So? Von Ihnen? Wieso? Sie sind doch erst seit ein paar Tagen bei uns. Und wo haben Sie eigentlich Ihre eigenen Sachen? Herr Mayer. Und wie und wo haben Sie denn unseren Schmuck gevollen? Ja. Und, und, wer ist denn der Verbrecher? Was sag ich, wie ist das? Ja. Sie haben uns. Ja, was ist denn mit der Dame los? Frau Rindbeck steht in dem dringenden Verdacht, dass sie einen Teil der Pensionsgelder in die eigene Tasche hat fließen lassen. Wahrscheinlich auch einen Teil der staatlichen Subventionen. Meine Herrschaften, bewahren Sie uns bitte. Kommen Sie doch mit. Hab ich Ihnen schon immer gesagt, dass mir Frau Rindbeck nicht ganz koscher ist? So eine gemeine. Also ich versieße Sie nicht. Dann hat Frau Rindbeck also auch unseren Schmuck, das ist ja unglaublich. Sie müssen Sie auch mitgehaben, Frau Oberstuhl, in Rettung. Herr Mayer. So, und Sie geben mir jetzt Ihr Ehrenwort. Ja, jedes, was Sie wollen. Ich bin so tief in Ihrer Schuld. Also dann verlange ich, dass Sie der Klara eine psychotherapeutische Behandlung bezahlen. Und zwar in voller Höhe. Und so lange wie es nötig ist. Das Mädel ist nämlich echt krank. Ja, ja, das arme Wesen, also mein Wort drauf. Ja, und das saftiges Bußgeld als Rote Kreuz, gell? Da sind wir uns ja wieder einig. Aber damit Sie nicht vergessen, sollten Sie nicht spuren, dann komm ich vielleicht doch noch mit meinem Rechten. Aufwärtshacken. Haben Sie mich? Musik 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 Musik